Aufgabe B1.4 Unter den Diagonalen a, n, c, n hat die Diagonale a0, c0 die minimale Länge. Berechnen Sie den zugehörigen Wert von x und die Länge der Diagonale a0, c0. Begründen Sie so dann, dass es unter den Rauten a, n, b, n, c, n, d, n keine Raute mit dem Flächeninhalt 3fe gibt. Wir sollen also erst die minimale Länge a0, c0 berechnen. Aus Aufgabe 1.3 kennen wir noch die allgemeine Länge der Strecke a, n, c, n. Nämlich mit a, n, c, n ist gleich 0,25x² minus x plus 2,25. Von dieser Strecke soll jetzt das Minimum berechnet werden. Das geht am einfachsten über den Taschenrechner. Wir gehen auf y ist gleich, tippen hier bei y1 die Formel der Strecke a, n, c, n ein. Schauen im Graphen nach, ist das Minimum sichtbar? Jawohl, es ist zu sehen. Also gehen wir auf Kalk und lassen das Minimum berechnen. So, dann kommen der x und der y-Watt raus. Den x-Watt runden wir großzügig. Also korrekt aufgeschrieben. Wäre das y ist gleich, dann bei y1 die Gleichung eingefügt. Dann die Funktion Calculate benutzt und das Minimum berechnen lassen. großzügig gerundet, also großzügig gut gerundet und den zugehörigen y-Wert. Als Antwortsatz können wir also schreiben, a0, c0 ist 1,25 Längeneinheiten lang. Weiter geht's mit, begründen Sie, dass es unter den Rauten a, n, b, n, c, n, d, n keine Raute mit dem Flächeninhalt 3FE gibt. Also man muss jetzt nachweisen, es gibt keine Raute, die diesen Flächeninhalt besitzt. Dafür gibt's mehrere Möglichkeiten. Entweder ich zeige eben, dass ich mithilfe der Flächenformel von Rauten beweisen kann, dass eben der Flächeninhalt immer größer sein muss als 3FE. Oder aber ich berechne den kleinsten Flächeninhalt der Rauten, der überhaupt möglich ist. und wenn dieser kleinste berechnete Flächeninhalt größer ist als diese 3FE, dann habe ich das ja damit auch gezeigt. Also nochmal, ich gehe jetzt her und berechne den kleinsten möglichen Flächeninhalt dieser Rauten a, n, b, n, c, n, d, n. Dafür brauche ich jetzt erst die Flächenformel von Rauten. Und dann findet man auf Seite 32 der Formelsammlung a ist gleich 1,5 mal Diagonale 1 mal Diagonale 2. So, das 1,5 mal ist fest, die Diagonale 2, die ist ja auch schon festgegeben, nämlich in Aufgabe 1.3 war's, bei 1,2, da hieß es, die Strecke b, n, d, n ist 5 Längeneinheiten lang. Also die ist immer 5 Längeneinheiten lang. So, jetzt brauchen wir noch die Diagonale 1. Ja gut, ich habe hier jetzt gerade ausgerechnet in dem oberen Teil, die kürzeste Strecke a, 0, c, 0 ist 1,25 Längeneinheiten lang. Es gibt also keine Strecke a, c, die kürzer wäre als diese hier. Das heißt, ich setze sie einfach für meine Diagonale 1 an und berechne das jetzt aus. Und da kommt ein Flächeninhalt von 3,125 heraus. Und da ich hier ja schon den Minimalwert genommen habe, weiß ich automatisch, es kann keinen kleineren Flächeninhalt als 3,125 geben. Und daraus folgt, als Antwortsatz, es gibt keine Rauten mit 3FE, da der kleinste Flächeninhalt 3,125 FE groß ist. Wenn man versucht, mit Hilfe des Taschenrechners diesen Beweis durchzuführen oder diese Begründung, muss man aufpassen. Da eben gefragt ist, bzw. man begründen soll, dass es keine Rauten gibt, wäre es möglich, dass der Taschenrechner dann einen Error ausgibt. Wenn ich zum Beispiel eine Formel aufgestellt habe, der mir den Flächeninhalt berechnen soll, und ich sage 3, Flächeneinheiten ist gleich Flächenformel der Raute. Und lasst es berechnen. Da es diese Raute ja nicht gibt, wird der Taschenrechner auch einen Error ausgeben. Da bitte aufpassen, weil diese Error könnte ja auch bedeuten, habe ich vielleicht mich vertippt und eine falsche Zahl eingegeben, oder ist der spezielle Punkt jetzt im Graphen nicht sichtbar. Also Vorsicht bei Benutzung des Taschenrechners, Wenn es heißt, keine Raute oder halt kein Quadrat, kein Viereck, was weiß ich, dann, wenn möglich, eben den geringsten Flächeninhalt berechnen oder, was auch möglich wäre, mit Hilfe der Diskriminante.